Hallo Herr Barth, ich grüße Sie. Schönen Abend, ich freue mich auch. Hier zu sein bei Ihnen bei Stein. Wir stehen hier ja vor dem größten Teddybär der Welt. Jetzt ist mal meine Frage, wo steht denn der sonst? Den haben wir sonst bei uns in Gingen immer reserviert für besondere Ereignisse, aber das ist das erste Mal, dass wir ihn wirklich zeigen. Achso, den gibt es schon lange? Nein, der ist jetzt für die Messe, haben wir den extra gemacht. Der ist großartig, aber der ist natürlich viel zu groß auch für das normale gängige Kinderzimmer. Und Sie wären ja auch nicht steif, wenn Sie nicht ein paar neue Sachen mitgebracht hätten. Natürlich, es gibt natürlich Kinderzimmer, die groß genug dafür sind, aber die meisten nicht. Also den haben wir eben auch in klein, den Finn, da ist er genau, das ist nämlich der Finn. Und das ist jetzt keine Neuheit, das ist aber einer unserer Bestseller, deswegen haben wir ihn gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017